Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern, dritte Liga 2020-2021, siebter Spieltag, SV Meppen gegen Kaiserslautern, Ergebnis 3 zu 2. Startelf, SV Meppen. Startelf, Kaiserslautern, Spahitsch, Hecher, Kevin Kraus, Schicknicker, Holzeck, Ritter, Schicknicker, Sky Gatis, Bachmann, Ritter, Zug, Holzeck, Ritter, Zug, Puri. Das war's von SV Meppen gegen Kaiserslautern, 15 Uhr 26.